Warum Menschen aus unserer Erfahrung heraus die letzten Monate und Jahre speziell die Türkei wieder verlassen haben. Und es wird ein Grund dabei sein, da wirst du wahrscheinlich nicht dran denken. Weil die größte Herausforderung ist es, wie ich schon oft gesagt habe, natürlich Geld zu generieren, damit du natürlich auch hier Einnahmen hast und aber auch hier leben kannst. Weil es bringt nichts und das ist ein großer Fehler, den viele begehen, dass sie mit einer gewissen Summe Startkapital, mit 100.000, 50.000, 200.000 oder egal wie viel, selbst wenn es ein paar Millionen sind, hierher kommen und davon leben, kein Geld generieren und somit das Geld natürlich schmilzt und dementsprechend das Geld immer weniger wird. Und irgendwann aber bist du auf Null, du bist resettet sozusagen und dann hast du ein Problem. Ja, ich will damit sagen, es kann ein Problem sein, dass viele Menschen natürlich sagen, okay, ich wandere wieder zurück, weil ich einfach kein Geld mehr habe. Und das habe ich tatsächlich nicht nur einmal gehört, wirklich öfters. Das ist ein Grund, ein ganz, ganz großer Punkt, warum Menschen meiner Meinung nach zurück auswandern. Weil das Geld nicht mehr reicht, weil sie im Umkehrschluss keine Einnahmequellen haben. Und deswegen sage ich es ja immer wieder, macht euch schlau, informiert euch und sorgt dafür, dass ihr monatlich oder regelmäßige, tägliche, wöchentliche Einnahmenquellen habt. Ja, damit ja das Ersparte, das Startkapital natürlich gut eingesetzt werden kann, angelegt werden kann, anders investiert werden kann, aber sich nicht so schnell abbaut, besser gesagt vermehrt. Ja, das ist dann eine ganz tolle Möglichkeit. Ja, und da gibt es vieles. Dementsprechend, das ist ein Grund, warum Menschen die Türkei verlassen. Ein weiterer Grund, ganz klar, wie wir aus Paraguay das gesehen haben, dass sie einfach nach einer gewissen Zeit feststellen, okay, Leute, wir setzen uns zusammen im Familienkreis und es passt einfach nicht. Die Landschaft ist nicht schön, keine Ahnung, die Atmosphäre ist nicht gut, kein Zukunftspotenzial da für die Kinder, kein Wachstumspotenzial für sich selbst etc. Das kann alles sein und das ist immer abhängig von dir selber. Für uns ist das hier in der Türkei zum Beispiel schon stimmig. Es gibt sicherlich noch andere schöne Länder, aber für uns aktuell ist die Türkei stimmig. Aber es kann sein, dass wenn du jetzt hierher kommst, dass du sagst, nach ein paar Monaten, ich halte es hier gar nicht aus, ich kann das einfach nicht mehr sehen, ich kann das nicht mehr riechen oder sonst was. Das heißt, aus energetischer Sicht passt das für dich nicht. Und dann kannst du auch wieder sagen, natürlich, ich ziehe weiter oder ich wandere natürlich wieder zurück nach Deutschland. Dort ist es natürlich bequem, weil du kennst die Gesetzeslage, du brauchst keinen Aufenthalt, als Deutscher zumindest. Das ist ganz entspannt, du kannst da immer wieder einreisen. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, du sprichst die Sprache. Wenn du natürlich auf lange Sicht in einem Land leben möchtest und die Sprache nicht unbedingt sprichst, aber du musst arbeiten in diesem Land und du sprichst die Sprache nicht oder du lernst es nur sehr langsam, dann ist das auch unzufrieden und nicht ausreichend, um hier einen Lifestyle zu haben. Und dementsprechend sind das alles so kleine Punkte, die auf jeden Fall dazu beitragen können, dass Menschen wieder in die alte Heimat zurückgehen, egal ob von Baraguay oder von der Türkei oder von Dubai oder von Vietnam, Thailand, egal wo. Und das sind alles so Gründe. Aber jetzt nochmal ein ganz, ganz wichtiger Grund. Das ist so ein bisschen gepaart, auch natürlich mit Finanzen. Es hat leider oft in dieser Welt einfach mit den Finanzen zu tun, mit dem sogenannten lieben Geld. Und Geld ist auf jeden Fall extrem wichtig, weil ohne Geld, ohne Moos nichts los. Ganz klassischer Spruch, kennt jeder. Aber es ist in dieser Welt Fakt, dass wenn du Geld hast oder mehr als genug, dann ist das eine gute Sache. Dann kannst du einfach flexibel reisen, dann kannst du überall hin, dich schnell bewegen und sonstiges hin und her und bist nicht unbedingt an Ort gebunden. Und viele Menschen, die wir aber kennengelernt haben, die ausgewandert sind in die Türkei, die sind nicht so ganz ausgewandert. Warum sage ich das? Und auch hier spreche ich aus meiner eigenen Erfahrung die letzten Jahre, warum vor allem den letzten Jahr im Sommer viele Menschen die Türkei wieder verlassen haben. Was aber im Umkehrschluss für mich absolut logisch war, weil wenn ein Partner die ganze Zeit nur pendelt, immer wieder nur ein paar Wochen hier ist und den Rest, die restliche Zeit in Deutschland verbringt, aufgrund der Finanzen, aufgrund, ich habe ein Geschäft zu leiten, ich muss meine Firma hochwachsen lassen oder ich bin selbstständig in Deutschland, habe einen Friseursalon oder ich bin Gutachter oder sonst was, dann hast du natürlich diese Einnahmequelle dort und die muss laufen. Und deswegen sind viele Menschen, die ausgewandert sind, nur so mit einem halben Fuß ausgewandert sozusagen. Sie bekommen immer noch Kindergeld, das ist alles vollkommen in Ordnung, ist gar kein Problem, ist rechtlich auch alles sicher, solange jemand dort von der Familie in Deutschland lebt, der einkommenssteuerpflichtig ist. Das hat nichts mit einer Ich-bin-abgemeldet zu tun, sondern jeder, der natürlich dort Steuern zahlt, hat dort auch in dem Fall sozial- bzw. einen steuerrechtlichen Vorteil mit Kindergeld. Und dementsprechend ist das oft bei Menschen so, dass die das nutzen, ganz klar, weil sie auch dort arbeiten, Geld erwirtschaften, dort Steuern zahlen. Aber ein ganz großer Faktor ist einfach, dass die Beziehung höchstwahrscheinlich auf lange Sicht darunter leiden wird. Und das ist der Schlüsselpunkt von diesem Video, dass es Menschen gibt, die machen aus einer intensiven Beziehung aus Deutschland, machen sie eine Fernbeziehung raus und versuchen es natürlich nur relativ kurzfristig das Ganze zu machen. Aber aus meiner Erfahrung heraus geht das dann Monate und teilweise jetzt schon in die Jahre. Und irgendwann kommt dann dieser Cut und dann kommt der Entschluss, alles klar, wir wandern wieder zurück, weil dieses Pendeln, auch die Kinder sagen dann, ja, ich vermisse meinen Vater oder ich vermisse meine Mutter etc. hin und her oder der Partner vermisst natürlich auch seinen anderen Partner oder Partnerin, dann ist das einfach nicht befriedigend. Und dementsprechend wandern Menschen wieder zurück. Ja, und dementsprechend wundert es mich nicht, dass viele Menschen einfach wieder die Türkei oder andere Auswanderungsländer verlassen, ja, aufgrund der Beziehung, aufgrund wieder mal des Geldes, weil der Partner in Deutschland nur Geld verdienen kann, weil er dort physisch anwesend sein muss, als Friseur, als Handwerker, als Gutachter, als Elektriker oder sonst irgendwas, ja. Das ist ja schön und gut, wenn du deiner Familie, deiner Frau, deinen Kindern ein sonnenerfülltes Leben erfüllst und ermöglichst. Aber wenn die Beziehung dann darunter leidet, dann ist das nicht von Vorteil. Und dementsprechend auch das muss berücksichtigt werden bei eurer Entscheidung beim Auswandern. Es ist vollkommen in Ordnung, auszuwandern. Der Partner lebt noch in Deutschland für ein paar Monate, vielleicht als Überbrückung, ganz klare Geschichte, eine Art Fernbeziehung dann zu haben. Aber auf lange Sicht, glaubt mir, es wird euch nicht guttun. Und deswegen ist es so wichtig, auch, ich kann es immer wieder betonen, zumindest mal einen kleinen Schritt mal wagen in die Unabhängigkeit, selbstständig unabhängig sozusagen von Ort und Zeit, im besten Fall natürlich, Geld zu generieren, um natürlich auch in der Türkei zum Beispiel auch leben zu können, ohne dass man immer und immer wieder pendeln muss, beziehungsweise natürlich die meiste Zeit in Deutschland lebt, ja, weil darunter die Beziehung leidet. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass ich mit diesem Video nochmal ein bisschen Einblick schaffen konnte. Aus der Erfahrung heraus, hautnah, direkt von mir an euch. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, aktiviere die Glocke, lass deine Meinung da in den Kommentaren und teile auch gerne natürlich den Kanal und sei gespannt auf die nächsten Videos. Und wenn du die Videos der letzten Tage verpasst hast, schau einfach die Playlist 2024 an oder auch natürlich Playlist Türkei, Playlist Kangenwasser und vieles mehr, wie man was hier in der Türkei natürlich auch machen und erleben kann. Dementsprechend beste Grüße aus der Türkei. Euer Markus aus Alanya. Untertitelung des ZDF für funk, 2017